Heute nehmen wir euch mit auf einen Städtetrip nach Freudenstadt. Jetzt so die Taus. Die Taus. Die Taus. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir befinden uns gerade im Rathaus. 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 Er ist zu sich. Jetzt aber, jetzt sind wir oben. Wir befinden uns gerade im Rathaus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was flimmert? 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 Oh, das ist jetzt aber schön. Schwarzwälder Bauernstube. Schaukelpferd. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und noch der Rücken Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auf der rechten Seite die Fußgängerzone Reichstraße. In der weiteren Nordstadt befindet sich das Freizeitbad Panoramabad, das Schulzentrum und die Einkaufspassage Schwarzwald Center. Die Fontänen auf der linken Seite sind wegen dem Stadtfest, das am Wochenende stattfindet, abgestellt. Ich hoffe, die Rundfahrt hat Ihnen gefallen und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag in Freudenstadt und bleibet sich gesund. Dankeschön. Ah, da sieht man die Skulptur, siehst du? Ja, das ist großartig. 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 Ja. Das ist großartig. 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 Alles gut. Schwarzfelder vom Konditormeister. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich gleich eins der besten Stück Schwarzwälder meines Lebens essen werde. Wo sitzen wir hin? Wo, hier? Ja. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ja. Ja. Was ist denn hier? Ja. Ja. Ist er getrennt? Ja. Wie ist getrennt? Oh ja. Na, nix. Wie ist das? Na, nix. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Vielen Dank.